Hallo Tobi! Heute öffnen wir Türchen Nr. 5. Und was darf in keinem Wohnmobil ohne Moment fehlen? Dann natürlich unser toller Omnia. Was kann man denn da alles machen damit? Tobi, ganz viel Auflauf, Brot backen, Kuchen backen, ganz tolle Sachen, Gemüse, alles was das Kämpferherz begehrt. Und alles auf der Gasflamme. Alles auf der Gasflamme. Super cool. Genau. Dann freue ich mich auf morgen. Morgen öffnen wir das Türchen Nr. 6. Spitze, ich komme wieder. Bis bald. Ciao, ciao bei Mika Caravan.